Skorilla, mach's gut. Du wirst hier auf jeden Fall nicht mehr helfen. Und das ist jetzt alles Zeit, in denen Rox nicht Wrave clean kann. Toplane ist jetzt gefährdet. Aber Prey ist egal, ob das Super-Minions sind, Barren-Super-Minions, Panzer, das ist völlig egal. Der greift einfach alles an. Oh, Miracle! Oh, Peanut! Der ist gestunt, halber P-Folo und Smurf tankt hier, was er kann, aber niemand kümmert sich um Prey. Aber in der Mitte, der Tower ist down. Der Tower fällt. Der Autotank ohne Ende. Oh mein Gott, ich sehe jetzt noch, dass der Nexus von irgendwelchen Dudes angegriffen wird. Der Tower braucht 5 Autotext, um den Nexus zu töten. Okay, der Tower ist down. Der Nexus liegt frei, meine Freunde. Oh mein Gott. Jetzt wird Lotto gespielt. Rox, Tiger. Die können das niemals, niemals können die das verteilen. Nicht in 100 Jahren. Die Tarek Ultimate wäre jetzt Super-Worth gewesen. Wo ist sie denn? Die wurde bereits zu kamen. Miracle ist bereits down. Fokussiert den Nexus. Liquid macht das hier. Rox hat hier die Möglichkeit, das Spiel aufzugeben. Oh mein Gott! Das ist es! Tut es! Jetzt hat sich immer noch Kiros auf der Autotank. Nein, das reicht nicht! Oh mein Gott! Das kann nicht sein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Doch, die Vasallen waren es. Die Vasallen sind nüger! Einmal! Das ist genug! Ist im Viertelfinale! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles lockst du das! Spät!